Schule zeigt dich. Das ist die Aktion bei der beruflichen Schule hier für Wirtschaft und Verwaltung in Schwerin. Und das T hinter Zeig, das ist sozusagen in Tüdelchen gesetzt, besser gesagt in eine Klammer, weil natürlich Schule sich zeigen will und die Schüler wollen sich zeigen und dass die Schüler sich richtig gut zeigen können. Dafür gab es ein Organisationsteam, zweites Lehrjahr der Veranstaltungskaufleute an meiner Seite. Josy. Hallo. Stine. Hi. Und Theresa. Hallo. Aber ihr wart nicht nur zu dritt, ihr wart noch ein paar mehr. Wir waren zu elf insgesamt, genau. Also es sind im Nachhinein noch drei, glaube ich, dazugekommen. Also wir waren am Anfang ein bisschen knapper besetzt, aber elf insgesamt, genau. Elf Leute. Seit wann habt ihr das diesen Tag geplant? Oh Gott, ich glaube, das fing irgendwann im letzten Jahr an, Anfang letzten Jahres. Also wir sind knapp ein Jahr bei bei der ganzen Organisation. Und ja, also wie es halt auch bei normalen Organisationen ist. Wir haben zum Anfang ging es langsam an und mit Themensuche und so weiter. Und die letzten drei, vier Monate waren dann echt hart. Wo wir uns dann echt nach der Arbeit abends ein paar Stunden getroffen haben und noch an der Berufsschulwoche hier noch länger in der Schule gesessen haben. Aber wie man sieht, ist ja alles gut gelaufen. Hat sich ja gelohnt. Hat sich gelohnt. Unterstützen euch gerne berufliche Schule für Wirtschaft und Verwaltung? Also es waren schon ein paar Überzeugungsarbeiten nötig. Also ganz, ganz freiwillig haben sie es jetzt nicht gemacht. Gab es dann auch so eine Panne heute, dass ihr sagtet, oh nein. Na, über Pannen redet man ja immer nicht so gerne. Also natürlich, das ist eine wahnsinnig große Veranstaltung. Wir sind eigentlich zu knapp besetzt für das Ausmaß. Es gab natürlich erst mal die verspätete Band, die leider eine Autopanne hatten. Also Panne im wahrsten Sinne des Wortes. Die kamen super knapp, aber das hat alles noch gut geklappt. Wir hatten teilweise ein paar Problemchen. Also uns ist, glaube ich, ein Workshop leider abgesprungen. Oder der ist dann einfach gegangen. Und gut, das ist natürlich schade. Aber im Großen und Ganzen ist es wesentlich besser gelaufen, als wir das, glaube ich, alle uns erträumt haben. Apropos Autopanne. Da hinten sieht man auch so ein auseinandergelegtes Auto. Das sieht aber nicht nach Panne aus. Ja, doch. Ich wollte vorhin hinter dir einparken, aber das ist leider schiefgegangen. Da war auch noch die Feuerwehr mit zugange, ne? Ja. Ich habe geraucht im Auto. Nein, also wir haben von der Firma Hoffmann & Berger haben wir dann auch das Schrottauto. Also es war zu dem Zeitpunkt, sah es noch ganz grau und ganz normal fahrbar aus. Wir haben es dann gestern noch ein bisschen verschönert, wie man sieht. Wir sind mal, abgesehen von einem Jungen, eine reine Mädchenklasse. Ich glaube, das spiegelt sich an unserem Auto sehr gut wieder. Und die Feuerwehr hat dann vorhin hier mal gezeigt, zum Thema Unfallprävention und Unfälle an sich. Wie es aussieht, wenn man jemanden aus dem Auto freischneidet. Und ja, das ist auch eine Sponsoringleistung der Feuerwehr gewesen. Im Prinzip muss man sagen, die Feuerwehr hat gezeigt, wie man das Auto dann so richtig auseinander nimmt, wenn es dann nicht ausgebrannt ist. Teresa, welcher Kurs ist denn bis jetzt am besten angekommen? Am besten angekommen? Ja, aber das ist schwierig. Also ich habe jetzt noch nicht so das Feedback bekommen, weil ich ja dauernd am Hin- und Herrenn bin. Also es wird sich wahrscheinlich morgen dann herausfinden. Dann fragen wir mal anders. Bei welchem Kurs wärst du persönlich gerne dabei gewesen? Nun bist du dummerweise im Organisationsteam, kannst dir keinen einzigen Kurs angucken. Ja, ich wäre gerne im Kamerateam dabei gewesen. Film und Kamera von der Schule der Künste. Also das heißt, da kann man wirklich mal Kameramann spielen, Kamerafrau sein und dann mal gucken, wie setzt man jemanden richtig ins Bild? Genau, also die haben auch den ganzen Tag heute gefilmt und ich bin schon gespannt, was dabei rausgekommen ist. Wird der zum Schluss auch im Film zusammengeschnitten? Genau, genau. Der wird jetzt zur Zeit, glaube ich, zusammengeschnitten schon. Und heute Abend, so wird er denn fertig sein? Ich hoffe, ich hoffe. Wenn alles gut läuft, sich keiner verquatscht und das Filmmaterial brauchbar war. Josy, Pilates habt ihr auch angeboten? Ja, wir haben auch Pilates angeboten, auch Yoga. Wir dachten, wir machen mal ein paar Sachen, die eben nicht so zugänglich sind. Nicht wirklich für Wirtschaft und Verwaltung sprechen, ne? Ja, natürlich und auch in der Altersklasse, in der wir uns hier bewegen, ist natürlich nicht unbedingt der Fall, dass man Yoga oder Pilates macht. Aber das hat super Anklang gefunden, also auch schon im Vorfeld, die Leute durften ihre Kurse wählen und wir haben natürlich versucht, die in die Kurse einzuteilen, wie es nur ging. Ja, das war sehr überraschend, aber ich glaube, die Leute fanden das total super und das ist mal ein neuer Anreiz für Hobbys nebenbei, denke ich. Genau, denke ich auch. Ihr seid ja Veranstaltungs-Kaufleute, also werdet sie, seid gerade im zweiten Lehrjahr, habt jetzt diesen tollen Tag veranstaltet, organisiert. Im nächsten Jahr seid ihr im dritten Lehrjahr, könnt ihr denn den auch nochmal organisieren? Ne, im nächsten Jahr sind wieder die aus dem zweiten Lehrjahr dran, also die jetzigen dritten sind jetzt schon raus, weil die jetzt schon Prüfungen hatten, das heißt, wir sind im nächsten Jahr nicht mehr da. Und bei uns in der Klasse ist es auch der Fall, dass sieben, acht, glaube ich, von elf Leuten verkürzen. Das heißt, wir nach zwei Jahren aus der Ausbildung gehen, nach zweieinhalb Jahren, was ja auch, wir haben alle Abitur und das wird eigentlich von den Abituranten auch erwartet, dass wir quasi die Plätze früher frei machen für die Realschüler. Das heißt, das nächste Fest erlebt ihr gar nicht, weil ihr schon draußen seid. Aber wir sind bestimmt hier und drücken unseren Nachfolgern ganz doll die Daumen. Dann sind wir gespannt auf das nächste Projekt Schule zeigt dich.